Aber so werden wir die Einstellung lassen, weil die Tür, das ist nicht so schlimm, da kommt man rein und raus. Da unten setze ich mich hin und die Lampe, die soll ja noch mit drauf. Die stellen wir ganz einfach noch ein bisschen weiter zurück und dann stellen wir sie so ein, dass die Welt zu sehen ist. Okay.